Sie kommen. Bist du sicher, dass du das tun willst? Ja. Lass mich dich führen. Wir müssen jetzt in den Nebel gehen. Lass die Schatten nicht in eure Herzen. Lass mich die Tür versiegeln. Das sollte uns etwas Zeit verschaffen. Komm, geh neben mir. Der Nebel breitet sich aus, meine Liebe. Und was er berührt, verändert sich für immer. Dich hat er nicht verändert. Trägst du immer noch meinen Ring? Das tue ich. Smeagol war dein Name? Ja. Dein Freund sagt nicht viel. Ausnahmsweise. Da sind wir. Geh nicht zu nah an den Brunnen heran. Was geschieht hier? Die ganze Halle schreit. Sie wird auseinandergerissen. Die flammende Kugel über dem Brunnen, gespeist von Wind und Wasser. Das ist die Quelle des Nebels. Was ist unser Plan? Die Quelle zerstören. Nein. Ich fürchte, der Nebel ist alles, was diese Halle zusammenhält. Wenn wir irgendwie die Quelle erreichen, könnten wir versuchen, sie zu heilen. Aber der Elb hat gesagt, geh nicht an den Brunnen. Es gibt zwei Windtürme, die den Nebel mit Luft und Musik anfachen. Siehst du die Öffnung links und rechts? Wenn wir es schaffen, beide Türme stillzulegen, können wir den Nebel vielleicht beruhigen. Das wird aber nicht einfach sein. Wir haben versprochen, den Elben zu helfen, wenn sie uns auch helfen. Ich weiß nicht. Wir haben keine Zeit für Zweifel. Ich kann nicht gehen, das weißt du. Ich bleibe an der Quelle und beruhige sie, solange ich kann. Ihr zwei teilt euch auf und versiegelt die Türme. So sei es. Ich nehme den linken Turm. Dein Freund kann den recht nehmen. Kann er klettern? Wie eine Spinne. Folge dem Lied des Windes. Ich hab dich gewarnt. Geh nicht in die Nähe des Brunns. Folge dem Lied des Windes, Mergol, bis du die höchste Kammer erreichst. Dort gibt es ein großes Windtor. Schließe es, um das Lied verstummen zu lassen. Rauf, rauf ganz nach oben. Schließe das Windtor. Pass auf, wo du hintrinnst. Der Nebel hat einen Großteil der Türme weggefressen. So wissen wir, das ist ein bisschen DC-D. So können Sie sehen, wenn Sie nicht spielen können. Weißt du, dass sie nicht auszulernen. Wie kann ich ein bisschen das ein bisschen weniger währenddessen? Da liegt es mir um, als ich wieder durch. Die Türme hat eine erste Saison. So sehen Sie sind auch da, wenn ich nicht. So sehen Sie sind die Türmeid. So sehen Sie sind die Türmeid um das Schauspieler. So sehen Sie sind nie because, was Sie sehen. So sehen Sie sind das Ding, wie sie sind die Türmeid. Sei vorsichtig, das sind wir. Das bin ich. Es ist gefährlich, die Quelle zu heilen, sagte der Elb. Wie gefährlich? Elben wissen am besten, was sie tun. Mel sollte nicht bei den unfreundlichen Elben bleiben. Vielleicht kann sie mit uns kommen. Die Geister aus den Wäldern. Die Geister aus den Wäldern. Die Geister aus den Wäldern. Mel. Mel. Smergol? Tut mir leid, ich habe auf Wendels Stimme gehört. Was ist los? Mel sollte dem Rätselmeister nicht trauen. Hab keine Angst vor ihm. Er ist mein Freund. Du kannst ihm vertrauen. Fiedler. 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 Ja. Sie trauen dem anderen Elben nicht, oder? Natürlich nicht! Alle Elben sind falsch! Halt nicht, Mel! Mel hat gesehen, dass Megol ihr Freund ist! Diese Elben sehen überhaupt nichts! Gut, gut! 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 Gut! Gut, Megol! Gut, gut! 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 Was ist das? du ja, warum ist Gwendal noch fort? Er hätte längst zurück sein müssen. Vielleicht ist er gestürzt. Ja, vielleicht. Geh und such ihn. Den netten Elben finden? Ja, sofort. Beeil dich. Ich weiß nicht, wie lange ich die Quelle noch zähmen kann. Ich weiß nicht, wie lange ich die Quelle noch zählen kann. Ich weiß nicht, wie lange ich die Quelle noch zählen kann. Ich weiß nicht, wie lange ich die Quelle noch zählen kann. Nach links Hier lang Schatz 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 Was ist passiert? Ich wollte die Treppe nehmen Es gibt keine Treppe Eben Ich kann es nicht bewegen Wie geht es, Mel? Der Wind bläst immer noch Hat der Eibe das Tor nicht geschlossen? Nein Gut, dass Du gekommen bist Mel hat recht gehabt Dir zu vertrauen Ich helfe Dir darauf zu kommen Wenigstens das kann ich Obacht! Traue deinen Schritten nicht, sonst endest du wie ich. Wird der Elb hierbleiben? Ich werde versuchen, mich zu heilen, aber es könnte länger dauern. Viel Glück! Und wieder ist es mehr Gold, der hilft, und nicht dieser Elb. Ich wünschte... Was wünschen wir uns, mein Lieber? Ich wünschte, der Gwendel-Elb wäre weg. Dann könnten wir wieder Mels Augen sein, und sie würde Geister und böse Menschen vertreiben, die uns wehtun wollen. Mel würde auf uns aufpassen. Auf uns aufpassen? Sie hat ihre Augen nicht mehr, oder? Sie hat den Nebelkreis gemacht. Sein Auge kann uns dahinter nicht finden. Der Kerzenmann schon. Er kam, um Smirgol zu ihm zu holen. Ist doch nicht ganz sicher, oder? Mel kann mit dem Fluss sprechen. Mit dem Fluss reden, ja. Und was nützt uns das, wenn das große Auge kommt? Nein, nein, vergiss sie alle. Wir gehen und kommen nie wieder. Gehen wohl! Such sie! Muss mich beeilen! Gehen wohl! Woah! Warr? Was ist das? Was ist das? Aber das ist unser Rätselmeister.